Das A1 Skyraider lässt an. Das A1 Skyraider fährt jetzt ihre Flügel in die Fluchtposition. Das geht natürlich automatisch, wenn das Triebwerk läuft und die Systeme laufen, entfaltet er quasi seine ganze Kraft. Das A1 Skyraider eben, der 1946 in Dienst gestellt wurde. Also genau. Das A1 Skyraider ist eine große Herausforderung. Das A1 Skyraider ist eine große Herausforderung. Das A1 Skyraider ist eine große Herausforderung. Das A2 Skyraider ist eine große Herausforderung. Das A1 Skyraider ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020